Äh, warum bewegen wir uns nicht? Der Knopf 7. Oh, Verzeihung, Sir. Schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Danke für die Hilfe, Captain. Ja, geschehen, Delta Team. Niemals stiehlt ein Chef der Republik, wenn wir in der Nähe sind. Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Damit hat er nicht gerechnet. Sehr gut. Lauf. Den Team wieder hat er geschickt. Und allen weg. Ah, 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 my power is maximum. Ach nee, oh Leute, ihr macht mich fertig. Also wir haben hier Pamela Anderson, einen Taurer und einen Polizisten in einem Pool. Wie cool ist das denn, bitte? Danke, das ist sehr nett von dir. Das ist immer, der unterstützt einen, wo er kann. Das ist ein herzensguter Roboter. Richtig, oder breit rum, dass er der Beste ist, ein Tür und Knacken ist und dann öffnet er die Tür halt nicht. Okay, ich bin bereit, Mr. Krabs. Jetzt hast du es mit uns zu tun und wir lassen dich nicht gewähren. Tidior Company, mein. Ih, Tidior. 40% Talk Magazingröße, Talk Schaden, Talk Zielgenauigkeit, beides um 50% erhöht. Wir von der Talk Corporation finden das endgeil. Warum nicht sitz hier und mich für eine Runde oder drei? Oh ja, die mache ich jetzt klar. Sorry, Ma'am, aber ich bin nicht alt genug, zu trinken. Die mache ich klar, komm. What is it this time, cutie? You change your mind about that drink? I'm buying. Hmm, yeah. Still a minor, ma'am. Ach, wie ist es minderjährig? Hoppla, hoppla, ähm. Ich bin weg. Ach, wie ist es minderjährig? Nein, 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 oh Gott, nein. Ey, das wäre schön peinlich gewesen. Cockblockula. Der gut bestückte Vampir. Er kommt. Angst, Potter. Träumen weiter. Oh, die Villa ist verschlossen. Wir können nicht mehr raus. Aha. Es wird gruselig. Und ich habe keinen Peps mehr dabei. Hm, schade. Weiß, wieso haben wir keinen Peps dabei? Man ist es dunkel. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Die Vizepräsidentin. Start making sense, you rotten booker, you're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one. Or maybe I'll put you in the goddamn furnace. How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vyce a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us. Good to see you, Kaine. Although I don't think anyone has ever accused me of being a little bitch before. Tu es, dann sind wir gerettet. Tu es für Sarpadon. 07, verbinde mich mit Ihrem HOD, Sir. Freundest du dich mit den Einheimischen anziehen? Das war lustig. Wo ist Sunfack? Im nächsten Raum, Boss. Keine Sorge, ich habe den Jungs noch ein paar Ziele übrig gelassen. Sieben, du kratzt mir jetzt nicht ab. Halt mal die Klappe, der hat nur einen Stock dabei. Ist doch kein Problem. Bugs mit Stöcken. Immer schon nachkampfbar. BAM! Hast du gehört, Sieben? Jemand hält mich für ausgezeichnet. Na ja, dann mal willkommen im Club. Aber jetzt sind Sie ja da. Tausend Dank für die Rettung. Schade um die guten Gene. Hallo mein kleiner Druide, na? Alles schick bei dir? Ja? Ich tue dir ja nichts. Mann, bist du ein Süßer, ne? Mann, was schlucken die denn alles? Es schlucken eine ganze Menge, das ist schlimm. Ich glaube, die üben regelmäßig mit ihrer Mutter. Hallo, na? Hast du jetzt schon was vor, kleiner? Ah, ein Deluxe-Modell. Bist du hier, um uns mit deiner überlegenen Ausbildung zu retten? Ja. Dieses Deluxe-Modell ist hier, um ihren verdammten Arsch zu retten. Also Trooper, etwas mehr Respekt. Eine elegante Waffe für zivilisierte Zeiten, ne? Tja, die Zeiten haben sich geändert. Ich sag's mal so, falls mir jemand mal ein 2B-Cosplay kaufen würde, also ich würde es dann auf einer Convention tragen oder in meinen Videos. Dann sieht er das Intro halt, wenn ich dann dieses 2B-Cosplay trage. Ja, gefällt vielleicht den einen oder anderen sogar. So, schöne Grüße gehen raus an dich. Das dürfte dir doch gefallen, oder? Jetzt wird geprüft, was ich alles gelernt habe, ob ich das richtig umsetzen kann. Schon klar. Man kennt's ja. Weil Bossgegner sind etwas so wie eine kleine Zwischenprüfung für mich. Es wird geprüft, ob ich das, was ich jetzt gerade gelernt habe, auch wirklich gut umsetzen kann. Finden wir's heraus. Meistens ist es nicht der Fall. Meistens ist es halt so, Bossgegner kommt, ich sterbe fünfmal und dann kann ich ihn erst plätten. Man kennt's. Haben wir eigentlich noch Peps dabei? My Power is Maximum. Ah! My Power is Maximum. Nicht dein Ernst. 1412 Jahre später. Aber warum bleiben die jetzt stehen? Weil die Textbox den Weg steht. Ja, wir können nicht weiterspielen, weil... Und die schwarze Katze ist hier verpackt, die kann auch nicht vorbeikommen. Komm, Hund, hol dir die Katze, die kann nicht weiter. Aber wo ist das ein Hund? Katze? Was auch immer. Das ist eine Katze, oder? Das sind beides Katzenhund, obwohl... Nein. Das sieht mehr wie ein Hund aus. Ein Katzenhund, sehr schön. Hallo, Ladies. Oh, die mach ich jetzt klar. Ah, breit vergeben, okay. Die mach ich jetzt klar, pass auf. Hallöchen, was ist das für eine seltsame Sprache? Ach, Englisch, muss untertiteln, okay. Hallöchen, was ist das für ein hautes Gerät? Hallöchen, die mach ich jetzt klar. Tobi? Aber die trägt doch keine Unterwäsche. Hier die Kurzformen. Hässiges Vieh, ich hau's kaputt. Punkt. Ah, Jacobs Corporation, verstehe. Die Jacobs Corporation kümmert sich um mein Schwert. Klingt doch gut. Sehr schön, Griechenland, erforschen wir mal diese wunderschöne Stadt. Ah, schön mal, oh, oh, schön, ja. Ah, schön erfrischend. Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Komm rein, schwebendes Buch. Es ist herrlich hier drin. Ah, ist das schön. Guck mal die Robben an, die sind auch über zu entspannt. und gucken mir zu und denken sich auch, was ist das bloß für ein Vogel. Geil, geil. Warum kann ich mit der Alten jetzt nicht reden? Ach, halt die Klappe bitte. Ich will nicht. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe, ich wollte den Fisch gerade vorbeibringen. Nein, nein. Nein, renn weg, renn weg. Sie kann nichts antun, sie ist alt. Warum kannst du einfach nur eine alte Frau in mir ignorieren? Oh, ich webe für diese Generation. Ey, ich stand gerade vorher, ich wollte mit dir reden. Nur die wollte ich nicht mit mir reden. Als wäre ich natürlich an ihr vorbeigegangen. Und das war's dran. Und das war's. Derei, ich bin 삶. Ich bin Tiffany. Wir sind Community, ich binishing dich. Und das war's. Und das war's. Ich war's Son. Ich bin Tiffany.